Diesen fetten Knoten kriegst du kaum richtig zugezogen, der ist immer so ein bisschen offen und dann machst du ihn halt praktisch mit dem Feuerzeug ein bisschen dicker und wenn du ihn halt ziehst, dann zieht er sich von alleine zu, kann aber niemals aufgehen. Sollte Knoten So klein ist er gar nicht. So klein ist er. So klein ist er. So klein ist er. Geiler Hecht. Hat sich der Aufwand gelohnt. Der darf wieder schreiben. So wir machen Feierabend. Tim das war mir eine Ehre. Das war mir auch eine Ehre. Fünf Stunden geangelt. Und ein Hecht. Aber immerhin. Die Ruten waren im Wasser. Richtig.